Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu Alice Madness Returns. Ich weiß gar nicht, ob wir genau an dieser Stelle das letzte Mal aufgehört haben. Ich glaube aber schon. Glaube ich zumindest. Ja doch, das müsste hier gewesen sein. Und wenn nicht, dann bitte ich um Entschuldigung. Auf jeden Fall hier unten haben wir ja auch noch was. Denke ich. Zumindest war es ja angezeigt. Ja, Erinnerung und... It is. Aus, komm mal her. Komm her. Ja, da haben wir nämlich auch noch eine Erinnerung. Ziegel sind aus Stein, Alice. Ein Backsteinhaus ist genau wie Gibraltar, immun gegen Feuer, Witterung und sogar gegen unanständige Berberaffen. Falls es nötig ist. Berberaffen? Okay, ich verstehe hier nichts. Ah, nein, 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 nein. Ach, Herr Jotterjot. Fängt ja wieder gut an hier. So. Ich gehe mal erst hier hin. So. Oh, ha, 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 haben wir nochmal Lack gehabt. Ah, okay, da geht es weiter. Aber definitiv geht es hier weiter. Vermutete ich... Ja, ich weiß, manche von euch sind diesen Spruch von mir leid, dieses vermutetete... Ich mag halt auch meine Option. Siehund. Sieh vielleicht sonst noch irgendwo hinweichen. Nope, ich ist nicht. Schade. Aha. Schnellsee. Nein. Ja, und... Achso, ja, klein machen, ja. Ja, nee, ist klar. Mal gucken, was ich hier in diesem Secret Room... Oh, eine Erinnerung. Alice war viel allein. Ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll war, zu alt, um Spielkameradin zu sein. Oh. Alice war so eine Schwester? Alice hatte eine ältere Schwester? Wieso weiß ich das nicht? Ach, ist ja auch egal, warum ich das hier nicht weiß. Nein, okay. Ich müsste ich aber mal genügend... Was ist das? Eine Tee... Eine dämonische... Ein Augenpott. Ich dachte, eine dämonische Teekanne. Ja gut, wer... Oh. Okay, dies... ...räuchte einfach Schachmatt zu setzen. Aha. Oho. Noch eine dämonische Teekanne. Neh das nicht. Oho. Meine Fresse! Ich hasse es, wenn sie das tun. Titentaten, Tuten. Lässt du mich in Ruhe mit deinem blöden Tee? Lässt du mich in Ruhe mit deinem blöden Tee? Ui, ui, ui! Und du tust dasselbe. Immer dasselbe mit diesem Tee kann und diesem schleichenden Verfall. Schrecklich. Äh, können wir... Nein, ich wollte was umreden. Fundbüro. Ich wollte aber was, up, gerade... Wo ging das denn? Ach so, jetzt geht grad gar nicht so... Hier, irgendwie... Nein? Okay. Okay, sie leckt es nicht, da muss ich so bei Waffen reingehen. Äh... 405... Ah, dafür noch genau zwölf Zähne. Aha, die kriegen wir aber schon. Irgendwie. Oh, Select. Grinser! Er ist zeitbesessen. Finde ihn. Oder deine Zeit könnte kommen. Wat? Wat willst du? Du elende Katze! Brauch keine Rosen! Äh... Abstaub, Mädchen, der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Gib dir gleich. Oh! Äh, ja. Okay. Der T ist tödlich. Yes! Oh, Alice. The Evil. Ja, und jetzt? Ah! Okay. Abstauben, Alice! Da? Oder da? Ich würd' sagen, da. Der Hutmacher soll mich von meiner besten Seite sehen. Der kann froh sein, wenn ich mich nicht in den Hintertrete. Ne, ich will erst die Zähne. Äh... Hat das jetzt nicht schon gereicht? Nein? Ah! Sechs Zähne noch, okay. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt noch drei. Sind hier keine... Ah, okay. Das heißt, ich geh' aber erst mal hier lang. Halt, Moment. Ah, Flasche, okay. Okay. Also eine Einerung. Die hier auf uns wartet. Ähm... Ähm, ja. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Schwierig. Okay, das kriegen wir hin. Boah, mach dich wohl klein. Nein. Puh, geschafft. Ja, ähm... Ach so, das war einfach nur... Einfach nur ne goldene Pulle. Aber wir haben jetzt genug Zähne, 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 Waffen. Abgeraden der Pfeffermühle. Bam! Ähm... Oh, die sieht sogar jetzt anders aus. Jetzt können wir wieder von vorne anfangen mit dem Sammeln. Geschafft. I did it. Aha. Okay, der war schlecht. Ich weiß. Wir schweben dort rein. Und es gibt wieder eine Rutschbahn. Juhu! Was ist das? Urwerkbombe. Einige Wände und Böden sind dünn und können zerstört werden. Platziere die Urwerkbombe nahe der schwachen Struktur mit einem Kreis. Wir zünden die schwache Struktur zu zerstören. Ja, das ist gar kein Problem. Ich muss nur erst mal alles put machen. Okay, da war's nicht. Bäm! Bäm! Oh! 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 Lustig. Ja, damit gehen wir jetzt. Oho. Ja, super. Hier steht Erinnerung. Vielleicht mit einer Uhrwerkbombe. Na, anscheinend nicht. Ah, na klar. Guck, klappt's. Nein. Stimmt, hier. Japp. Ach, Alice, du kleine, die sich immer klein macht. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Oho. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und, puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Ah, ja. Das klingt ja sehr toll. Okay. Ne, da hinten muss es ja auch noch was... Ne, Quatsch, was riechen da? Oder? Fundbüro... Ne, sonst scheint es hier nichts zu geben. Nein. Ne. Okay. Interaktieren wir mal. Nein, wir wollen nicht überspringen. Wir wollen das schon sehen. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Ah, ja. Hysterie zu verfallen. Hysterie. Hysterie. Seid ihr begrenzt. Ich will aber nicht in Hysterie verfallen. Und das werde ich schon früh genug. Aha. Aha. Ah, ja. Oh, da muss ich drauf schießen. Wie Klischee. Mal ein geringer ist, so richtig zu verfallen. Okay. Zielmodus R3. Schieße auf den Schalter, wenn er rot und inaktiv ist. Wenn er gut ist, ist er aktiviert. Aha. Oh, ja. Uh, ja. Okay. Bye.